Weiß jemand, was hier geht? Oben ist eine Person. In dieser Halle sind zwei Personen. Ich bin rauf und wollte noch was holen. Es ist heute geknallt. Ich wollte hier reingehen, weil hier die ist zu von außen. Diese Tür ist verblassen. Hier bin ich rein. Es war alles verballt. Und als ich den Urverband gesetzt habe, ist der Kollege von mir hier oben angerannt. Und unten in dem Bereich, wo der Eingang steht, ist er zusammengedrückt. Hier geht am besten jetzt ab. Wir müssen bei dem Verhältnis von der Kurse rücken, weil es sind zwei Personen gemischt. Wir müssen Ihnen über solche Insther´s connected. Wir müssen über Ferien vielleicht weiter schauen. Das ist wichtig, wo die Brieเรา überscreengestellt wurde. 1,2,5 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020